Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist, haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überlegen? Wait. Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. What the... Brandfallen. Oh Gott. Okay, das heißt, wir gehen vor, so weit, wie ich gescannt habe immer. Weil ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, was ist das denn für Bärenfallen, und ich bin schon reingerannt. Da ist eine. Irgendwo rechts ist es, also... Und drei Bedrohungen habe ich gefunden. Okay, wo ist das Scheiß denn? Warte. Gleich. Ja, alles klar. Übrigens, wenn du angelegt hast, kannst du mit SHIFT die Seite wechseln, ne? Ja, ja, das weiß ich. Mit TAB kann man nur so einen Millimeter heransetzen. TAB. Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Hätten wir im Klack. Ich meine, dass Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die... Hier waren nur noch welche gerade. Das hat geklappt. Ich meine, ich gehe wieder an die Arbeit. Ja. Aber der hat immer noch fünf Bedrohungen gefunden. Vier Bedrohungen gefunden. Ich glaube, so zählen diese Fallen als Bedrohung. Ja. Blinkt auch irgendwie sie nicht. Warte. Genau. Bisschen will ich auch noch machen, ja. Really? Beide haben genau die gleiche... Gleiche Scheißidee. Warte, ich scanne, damit wir sehen, wo welche sind. Okay, rechts sind Fallen und links sind Dingens. Drei Fallen und drei Gegner. Boah. Alter. Alter, ey. Lass zwei... Zwei Sniper irgendwo los, ey. Alles ist gegessen. So lange wir sie treffen. Ja. Und was tun wir? Ab und zu. Kann man nicht scannen. Du hörst ja aber auch, die piepen so ein bisschen. Aber ist gut. Und wenn du jetzt natürlich... Dumpf irgendwo durchrennst. Das hörst du so wahrscheinlich nicht mehr. Dann hörst du ganz schnell piepen und dann würde ich sagen, ein Bein in die Hand nehmen. Alter, was sind das für kranke Sichtverhältnisse. Voll geil. Mega nice. Vor allem... Wir fliegen hier Partikel. Das sieht echt geil aus. Oh ja. Warte. Okay. Ready, go. Okay. Hauptsache, er steht erst mal in sein Turret auf. Oh, warte mal. M44 Carabiner Classic. Ist der der nicht. Der besser oder schlechter? Nee, der ist schlechter. Für mach ich auf deinen Classic. Nice. Erst mal in. Äh, warte mal. Ja. Ich komme mir da ein bisschen besser klar. Äh, warte. Die hat gemacht... 1396 SPS. Ja, und die Classic, die du jetzt hast, macht? 1360. SPS? Hm? Gerade macht die? Scheinbar die 052. Okay. Deine? Sage ich nicht. Wahrscheinlich mehr. Also, SPS hat die, äh, Classic, die ich jetzt gerade hab, 1872. Und Schaden macht meine ganz knallharte 1301. Warte. Und, ich hab nochmal plus 127% Kopfschussschaden da drauf. Das war, ich bleib bei meiner Carabiner. Alter. Das Ding ist out of hell, ey. So, einmal kurz gucken, wo haben wir was? Warte. 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 Ha, hallo. Bin super krasser Soldat. Guck mal, ich kann eine Rolle auf, auf der Stelle machen. Warte. Bin ich... Komm mal bitte her. Warte, ich mach jetzt die ganze Zeit Rollen, ne? Wenn ich jetzt stehen bleib, zitter ich auch so bei dir. Ne. Warte. Warte. Ach, schade. Alter, so richtig... ...ne Radbelgang aktiv. Oh. Hm. Da war ja was. Warte. Da war ja was mir das in. Warte, ich schieße noch die Zivilisten. Das finde ich echt nicht gut. Oh. Ja. Das sind die Screens. Jagdhose. Hey. Warte mal, hier ist das... ...Collectible. Hier. Stufe 8. Feuer. Gut, vergebild. Alarm. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Oh. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Feldstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ja, aber erst mal auch mit dem Mund. Alter, ey. Schön mit dem Napalm alles abfackeln hier. Jo. Das ist halt effektiv, ne? Ja. Aber ich wollte da eigentlich nicht sofort hin ran. Nein, es ist halt dran. Ich will das nicht dran. Ich will das nicht. Hinten, komm noch was. Hinten, vier. diese einen zivilisten den letzten komer schützt ist dann meiner etwas grünes kompensator find ich nice moment ich will die ganze zeit noch nicht holster oh 4,5% horizontale stabilität nice horizontal war links rechts ne ja ja ok vertikal ist hoch runter tausche ich immer wieder jo alles klar würd sagen AK anlegen und dann gehen wir mal hoch jo weißt du wir sind schon fast oben und ich laber dann irgendeine scheiße bis die reflexe heute so einsetzen ja nun mal älter so jetzt gut nur nehm ich die hier wow beides voll warte wann laschen nicht kann ich irgendwie nutzen oder so kann ich das denn konsumieren oh cool da liegt was grünes was ist das denn was ist das denn wie ich schüsse da drauf einhagel ey nice one das da wie er geschrien hat nur kann ich ne ich schade leider nicht kann ich nicht aufgerüst also ich komm auf burschen ja na dann hab ich vergrünet zwei grüne Sachen für mich nix ach jetzt weißt du wie ich mich gefühlt hab ein paar rettung sanitäter sind dabei ja ein paar also etwa zwei die anderen können die anderen können erst Hilfe leisten sie wissen wie man eine Vene findet also los agent ohne die proben zu kontaminieren hoffe ich dann muss man auch ganz kurz ich will das mal glauben danke Doktor also los agent ok bin jetzt aufs Chalet umgestiegen statt Kompensator ja das war tumult machen hier ne einfach nur sicherheitshalber nein hab da braucht nen Torred raus hat der echt lange gehalten Ich kann auch ein Turret aufbauen Ich auch Okay, Engineer down Alter, ich verstehe nicht mehr Oh, Lieutenant, gut Hören Sie, ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand Auf einer Skala von 1 bis 10 Dann geschriften und sammeln Sie die Proben nach Entschuldigung, Doktor Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe Schalt den Funk ab, du Gämis Oh, Sack Ja, Ma'am, keine Sorge, Doktor Wir kriegen das schon hin Hoffentlich bald Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit What the fuck habe ich denn da jetzt erwischt? Äh, ein Feuerwehrtypen Mit dem Tank hinten ruck Okay Ah, da oben bist du, du kleiner Typ Zeig dich Er ist da hinter dem, äh, Tower Weg, Isar Er hat sich pulverisiert Er ist gegangen Er wollte uns nicht haben Lol Alter Lass mich runter Hier sieht das Gebiet ziemlich clear aus Hier ist ein Mun Und links ist noch ein, äh, Dingens Ah, hier sind noch Verbrauchsgüter Die voll sind Ja Achso Alter Hier kennt die aktuelle Lage Für diese Leute ist es zu spät Sie sind tot Wir reichen in der Familie Aber es ist noch nicht zu spät für uns Und wir tun das vielleicht auch nicht für den Rest des Landes Also an die Arbeit Anführer suchen Oh, hier ist natürlich Null Deckung, äh Ja, deswegen Nee, bei dir, nee, bei dir Und ich Oh Du sprungst rein Ja Kannst du mir mal ne Heilung runterschießen, oder? Nee, du hast scannen Ich hab scannen Scheiße Ja, warte Okay Hui, haben wir kurz riggen Nein, 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 nein! Scheiße! Ich hab ja 't